Wie wäre es, einen Ort zu haben, an dem wir alle zusammenkommen können? Ein Ort, an dem wir uns kennenlernen, gemeinsam eine unvergessliche Zeit verbringen und ganz wir selbst sein können? Diese Frage stellten wir uns bereits vor 15 Jahren, als wir einen Blick auf das Zentrum Bad Vilbels warfen. Eine Stadt, die nicht nur zur Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main gehört, sondern auch Quellen- und Festspielstadt ist. In Bad Vilbel kommen wir nicht nur dank seines Erholungswertes zur Ruhe, wir geben den Bürgerinnen und Bürgern das zurück, was sie uns geben. Vertrauen! Als Lieferant für die Region und Großstadt mit Bibliothekswert sahen wir es als unsere Aufgabe, den Mittelpunkt Bad Vilbels moderner, attraktiver und persönlicher zu gestalten. Diese Herausforderung haben wir voller Motivation und Ehrgeiz in die neue Stadthalle gesteckt. Umgeben von einem wunderschönen Park, der Nidderbrücke, der Bibliothek und dem Kurhaus, besitzt Bad Vilbel nun ein Zentrum, das es so früher nie gab. Über viele Jahre haben wir gemeinsam ein Masterprojekt entwickelt und geplant, das neben vielen Business-Events vor allem den kulturellen Part der Stadt erfüllen soll. Die neue Stadthalle ist von Bürgerinnen und Bürgern Bad Vilbels für die Bürgerinnen und Bürger Bad Vilbels entworfen worden. Wir möchten, dass unsere Stadt ein Zuhause bietet, welches sich den Bedürfnissen jedes Einzelnen anpasst und sich jeder zu 100% ausleben darf. Und was gibt es Wertvolleres als Zeit, die wir gemeinsam verbringen dürfen? Werfen wir einen Blick zurück, sehen wir eine tolle Stadt. Schauen wir jedoch heute auf den Wandel und die Benefits Bad Vilbels, sehen wir noch mehr Potenzial, als Bürgerinnen und Bürger stärker zusammenzuwachsen. Wir sind unendlich stolz darauf, in der neuen Stadthalle 4.500 Menschen unterbringen zu können. Alleine der Gartensaal bietet Platz für 1.200 Personen. Der große Saal für Stehkonzerte mit rund 2.400 Musikfans. Dank des multifunktionalen Bühnenhauses und der fest verbauten Nachhallanlage können nicht nur Rock- und Popkonzerte gespielt, sondern auch Opern und Kirchen nachempfunden werden. Und damit das Parken keine Hürde darstellt, befinden sich in der Tiefgarage, neben einer großen Anzahl an normalen Parkplätzen, auch ausreichend Wallboxen. Genießen wir, was wir gemeinsam als starkes Team geschafft haben. Auf die neue Stadthalle, auf Bad Vilbel, unser wunderbares Zuhause.